Tag Nerds, hier ist wieder euer Mindstalker, der Nerd von nebenan. Heute in Folge Nummer 38 geht es um den Adobe Wahnsinn, den Pokemon Karten Hype und Änderungen am Mindcast. Die Empfehlung der Woche ist heute eine Serie. Los geht's! Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien, sowie alles, was dein Nerd-Herz höher schlagen lässt. Und hier ist dein Gastgeber, mein Stalker. Wir kennen sie alle, die Adobe-Produkte, das heißt Premiere, Photoshop und Co. Und wenn wir an diese Produkte denken, haben wir in der Regel Adobe als Marktführer im Kopf, beziehungsweise das Ding, das jeder kennt, um seine Bilder oder Videos oder sonstigen Sachen zu bearbeiten. Seit ein paar Jahren bietet Adobe das Ganze im Abo-Modell an, ausschließlich im Abo-Modell muss man an dieser Stelle sagen. Darüber will ich mich jetzt nicht groß auskotzen, denn das war schon Thema im Mindcast Nummer 29, ist noch gar nicht so lange her. Ja, man kann jetzt einfach kurz zusammenfassen, ein Abo-Modell hat Vor- und Nachteile. Mich vor allem stört aber eines. Die Performance. Es ist schlicht und einfach die Performance. Es sind geile Programme, mit denen man geilen Shit machen kann, die auch wirklich gut funktionieren, bis eben auf die Performance. Das muss ich in diesem Fall in meinem kleinen Rant jetzt allerdings auf zwei Programme beschränken, beziehungsweise 2,5. Und zwar geht es bei mir darum, Adobe Premiere Pro und After Effects, sprich Videobearbeitung. Die Media Bridge, die beide Dinge miteinander verknüpft, könnte man reinzählen, kann man aber so ein bisschen ausklammern. Mein Problem dabei ist, dass die Performance von etwas beeinflusst wird, das seit Jahren, seit fucking Jahren bekannt ist. Und zwar, meine Güte, was ist denn gerade los? Und zwar sind das Probleme, für die es zwar Workarounds gibt, die man also relativ simpel leicht beheben kann, die man aber von Zeit zu Zeit und immer wieder mal beheben muss und die eigentlich keine wirkliche Lösung sind, weil sie, zumindest was mein Problem mit der Performance betrifft, auch den Workflow wieder verschlechtern und Dinge verkomplizieren. Was ich ja eigentlich nicht möchte, weil die Adobe Produkte eigentlich nach einer gewissen Lernkurve sehr gut funktionieren und auch sehr viele Funktionen einem an die Hand geben und das irgendwie sich auch alles gut platzieren lässt und so weiter. Was ist jetzt mein Problem? Mein Problem ist, beschränken wir uns jetzt in dem Fall erstmal auf Adobe Premiere Pro, denn bei After Effects ist es ein ähnliches Problem, dass, sobald ich ein paar Sachen importiert habe in mein Projekt und dann damit arbeiten will, das hin und her schiebe auf die Timeline und dann vielleicht noch was wegschneide und so weiter und so fort, dass das Programm komplett freezed. Aber eigentlich, nee, eigentlich nicht komplett, denn die Timeline freezed irgendwie ein. Das heißt, ich kann da keine Sachen mehr verschieben, kann nichts mehr wegschneiden, kann ich mehr rein- und rauszoomen aus der Timeline und so weiter. Mitnichten, denn es passiert schon, aber ich sehe nicht, dass sich das Ganze aktualisiert unten in der Timeline. Das heißt, wenn ich da irgendwas verschiebe und so weiter, passiert das, aber ich sehe nicht den veränderten Zustand, sondern den Zustand von vorher, was natürlich schwierig ist beim Bearbeiten. Wenn man jetzt dann oben zum Beispiel ins Menü klickt, auf Datei oder Bearbeiten oder was auch immer, dann aktualisiert sich das auch, das ist ein Workaround. Das ist natürlich richtig dumm. Nach jeder Aktion, die man macht, nach jedem Klick und so weiter, müsste ich dann einmal oben aufs Menü klicken. Das ist natürlich richtig dumm. Jetzt habe ich ein bisschen nachgeforscht und was steckt eigentlich dahinter? Könnte ja auch sein, dass es einfach irgendwo eine kleine Einstellung ist, irgendein Problem an meinem System und so weiter. Nein, ist es nicht. Es ist ein Problem, das seit Jahren bekannt ist. Seit verflixt noch mal Jahren. Ich habe Beiträge von 2016 gesehen in den Adobe-Foren und auch auf anderen Seiten, wo es um ähnlich beschriebene Probleme geht. Die Foren sind also voll mit entsprechenden Meldungen. Es ist bis heute nicht gefixt. Es ist nicht gefixt. Manche Leute haben die Probleme nicht, aber einige Leute, eine nicht zu unterschätzende Menge an Leuten, hat diese Probleme. Das Lustige ist, es gibt Workarounds, aber die Adobe-Community-Leute, die da in diesen Foren unterwegs sind, also diese offiziellen Leute oder die, die einen gewissen Status in der Community haben und so ein Adobe-Zeichen daneben haben, die weisen nicht mal auf diese bekannten Fixes hin in der Regel. Es war echt schwer, da was zu finden. Und ihr werdet lachen, wie man das fixen kann, denn man kann es fixen. Es wird nicht auf diese bekannten Fixes hingewiesen, die im Prinzip sagen, ja, okay, das ist ein Problem mit unserem Programm. Es wird immer wieder darauf hingewiesen, probier doch mal dies, probier doch mal das, aktualisier die Treiber, probier es mal mit einer frischen Windows-Installation, vielleicht ist dein System zugemüllt und so weiter und so fort. So die Klassiker, die man sofort eigentlich ausprobiert, wenn man so ein Problem hat. Also nicht wirklich hilfreich in dem Sinne. Also zumindest nicht für eine Art Problem, die sich damit nicht beheben lässt, logischerweise. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass es dafür bekannte, funktionierende Fixes gibt. Jetzt könnte man sich erstmal überlegen, ja gut, wenn das so rumnervt und auch noch ein relativ teures Abo-Modell ist und so weiter, gibt es da Alternativen vielleicht? Nee, nicht so richtig. Also es gibt für jedes Adobe-Programm Alternativen, auch Alternativen, die kostenlos oder sehr günstig sind. Aber das Problem ist, dass diese nicht denselben Funktionsumfang und Workflow anbieten. Manche sind vom Workflow einfacher, denen fehlt dann aber auch der Funktionsumfang. Manche sind vom Funktionsumfang ähnlich, haben aber einen komplizierteren Workflow oder sind schwierig zu bedienen. Das große Ding bei den Adobe-Produkten ist, dass die Oberfläche zwischen den Produkten sich sehr ähnelt und man sich da so in eine, ja in eine, oh Gott, was ist heute los, ey? Ich hatte voll den Schluck aufgekriegt. Dass man sich da in diese Welt so reinfuchst und man am Ende wirklich was bekommt, was Hand in Hand geht. Das haben viele andere Programme nicht, zumal die nicht diese komplette Sphäre abdecken, die Adobe mit den Produkten abdeckt. Es gibt immer so einzelne Dinge von einzelnen Firmen, die dann aber auch nicht gut Hand in Hand gehen und so weiter und so fort. Das heißt, so eine richtige Alternative gibt es nicht. In einzelnen Bereichen, ja, es gibt auch für jeden Bereich eine Alternative, aber so dieses All-in-One, das gibt es nur bei Adobe. Für Adobe Premiere wäre es zum Beispiel, oder After Effects könnte man auch damit vergleichen, DaVinci Resolve gibt es zum Beispiel, aber es ist dennoch eine ganz andere Welt von Workflow, Performance und so weiter. Die Performance ist deutlich besser, keine Abstürze, kein nix, funktioniert, ein Klick und alles geht sofort. Das ist prima, aber mir gefällt die Oberfläche da überhaupt nicht. Komme ich nicht mit klar, würde ewig dauern, sich da reinzufuchsen. Von daher bleibe ich vorerst bei Adobe. Aber wieso kriegt Adobe so ein Problem nicht in den Griff? Es ist ein sofort reproduzierbares Problem seit Jahren. Ja, rennen. Ja, also manche Leute betrifft es, wie gesagt, nicht. Ich weiß auch nicht, wo da der Unterschied ist zwischen das Problem tritt auf und wo tritt es nicht auf. Fakt ist, bei den Leuten, die das Problem haben, kann ich dir das innerhalb von zwei Minuten reproduzieren. Und ich kann ja auch innerhalb von fünf Sekunden sagen, wie du es fixen kannst. Und das ist ein Problem. Denn stellt euch, also für die Leute erklärt, die Adobe Premiere zum Beispiel jetzt nicht kennen, stellt euch das Ganze wie ein Videobearbeitungsprogramm vor, das einen gewissen Desktop hat, eine gewisse Oberfläche, in der du das zu bearbeitende Video siehst, die Videoforschau vom finalen Produkt, was in der Timeline gerade platziert ist und verschiedene andere Fenster. Und eines dieser Fenster ist zum Beispiel der Medien- oder Projektbereich, in dem du all das reinziehen oder über das Programm importieren kannst, was du jetzt gerade bearbeiten möchtest. Das heißt, deine Tonspur, dein Videomaterial, verschiedene Bilder, die du irgendwo einfügen möchtest und so weiter und so fort. Sprich, alles an Medien, was du in diesem Projekt verwursten möchtest. Soweit, so gut. Ist ja erstmal toll, so eine Übersicht zu haben. Aber genau dieser kleine Kasten, wo man diese Sachen reinpackt, ist das Problem, zumindest bei mir. Bei anderen sind es auch andere von diesen Oberflächenteilen. Wie kann ich jetzt das Problem also beheben? Ich kann diesen Bereich schließen. Sobald ich diesen Bereich mit meiner Medienübersicht schließe, funktioniert das einwandfrei. Kein Leck, kein Ruckeln, kein gar nichts. Hat natürlich jetzt den Nachteil, ich habe keine Übersicht mehr über die Medien, die ich habe. Das heißt, in dem Moment, wo ich wieder andere Medien da nutzen möchte mit, muss ich das Ding wieder aufmachen, ein Medium in meine Timeline ziehen und das Ding wieder schließen, weil sonst das gleiche Problem wieder auftritt. Ist also super umständlich. Ich kann nicht sagen, woran es liegt, dass das ein Problem ist. Bei anderen sind es, wie gesagt, auch andere kleine Fenster innerhalb des Programms. Aber das müsste für die Profis in der Firma ja irgendwie nachvollziehbar sein, wenn das ein Problem ist, was seit Jahren auftaucht. Also irgendwas muss da quer liegen, das das Problem macht. Es nervt auf jeden Fall unheimlich. Und darüber musste ich mich jetzt heute einfach mal auslassen. Es ist ein Programm, für das man Minimum 27 Euro im Monat bezahlt. Minimum. Je nachdem, was man sonst noch an Adobe-Produkten parallel nutzen möchte. Und es ist nicht cool. Es ist nicht cool. Aber wie gesagt, Mangel an Alternativen. Und das ist halt auch so ein bisschen das Problem, was ich glaube, dass dahinter stecken könnte, dass sie einfach gar nicht so die Motivation haben. Also sie sind gar nicht so im Zugzwang, weil es eben nicht so die Alternativen gibt. Und das ist immer schwierig, wie man merkt. Denn das sorgt dafür, dass die Leute faul werden und sich nicht um Probleme kümmern. Was sehr, sehr schade ist. Aber gut, kommen wir zu einem weiteren Thema, das sehr, sehr schade ist. Thema Nummer 2 heute ist der Pokémon-Karten-Sammelhype. Denn es gibt aktuell mal wieder einen Sammelkarten-Hype rund um Pokémon. Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Ja, die großen Streamer und YouTuber schmeißen Geld jetzt nicht mehr für die FIFA-Packs raus, sondern kaufen sich Pokémon-Karten. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Jeder, wie er mag, keine Frage, sollen die mit ihrem Geld machen, was sie wollen. Und sagen wir mal ehrlich, es kommt ja durch Videos, Klicks, Donations, Subs und Werbung und so weiter auch wieder genug Geld rein vermutlich. Und über das Verhältnis von Influencern und Geld habe ich ja in Mindcast Nummer 6 schon mal gesprochen. Wer es noch nicht gehört hat, kann sich da gerne mal reinklicken. Es ist wirklich ein faszinierendes Thema, das immer wieder mal aufkommt. Ja, jetzt haben wir also Pokémon-Karten gekauft, reißen so ein Pack auf, wo, keine Ahnung, was ist da drin, fünf Karten oder was, reißen das auf und dann haben wir eine stinknormale Pappkarte, eine stinknormale Pappkarte, eine stinknormale Pappkarte und plötzlich rasten alle aus. Da ist plötzlich eine stinknormale Pappkarte drin, die gar nicht so stinknormal ist, denn die ist vielleicht nicht so oft gedruckt worden wie die anderen. Die ist vielleicht nur ein Zehntelmal so oft gedruckt worden wie alle anderen und schon rasten alle aus. Ich habe eine Pappkarte, die nicht so oft gedruckt worden ist wie deine Pappkarte. Also möchte ich dafür jetzt ein paar hundert Euro haben. Was? Ja, 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 ich möchte jetzt ein paar hundert Euro für haben. Warum? Ja, weil die kann nicht jeder haben. Die kann nicht jeder haben. Das ist limitiert, da sind weniger Karten gedruckt von. Ach so, ja, dann hier hast du meine 400 Euro für diese Pappkarte. Geil, okay. Ich ziehe die nächste Karte aus meinem Pack. Fuck! Und alle rasten wieder aus. Ich habe eine stinknormale Pappkarte mit ein bisschen Glitzer drauf. Dafür möchte ich jetzt allerdings ein paar tausend Euro haben, weil die ist auch selten. Sorry. Ja, also ihr versteht schon, worauf ich hinaus möchte. Kurz zusammengefasst, ich verstehe den Hype nicht ganz. Ich verstehe nicht, warum man für eine kleine Sammelkarte, die jetzt übrigens auch nicht aus den 1960ern kommt oder so, die werden aktuell produziert. Das ist jetzt nichts Altes oder sowas. Also die werden jetzt aktuell produziert während des Hypes. Das muss man an dieser Stelle einfach mal festhalten. Sie wären aktuell produziert, aber eben in bestimmten Stückzahlen. Das ist jetzt nichts, was nie wieder hergestellt wird oder so. Versteht ihr das Problem dabei? Es ist schwierig. Während des Hypes wird gesteuert, wie stark der Hype wird vom Herstellen. Und das ist sehr, sehr schwierig. Ja, also der Hersteller entscheidet also, ah, vom Glurak mit Glitzer produzieren wir mal nur eine Handvoll, nur einen kleinen Bruchteil. Das macht die Karte selten und die Leute rasten aus. Und jetzt bezahlen die Leute nicht nur ein paar hundert oder sogar ein paar tausend Euro für ein so eine Karte, anstatt ein paar Cent vielleicht, was maximal der Herstellungsbetrag sein dürfte. Nein, das hat für den Hersteller noch einen ganz tollen Nebeneffekt, denn diese tausend Euro und so weiter bezahlen sie ja nicht beim Hersteller, sondern bei anderen Leuten, wo die das hin und her tauschen. Nee, die kaufen jetzt natürlich auch mehr Karten, um in den Packs die Chance zu haben, auch so eine seltene Karte zu ziehen. Das ist natürlich praktisch für den Hersteller. Und das ist was, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Also ich gebe mein Geld schon oft und auch zwischendurch echt mal gerne für irgendeinen Blödsinn aus, einfach weil ich es nett finde. Und ich verstehe auch das Sammeln an sich. Keine Frage, kann ich verstehen, dass etwas Sammelcharakter hat, dass man es sammeln und vervollständigen möchte, verstehe ich auch. Und ich verstehe auch den Wert von seltenen oder selteneren Dingen. Aber das ist so ein Produkt, bei dem ich den Wert schlichtweg nicht nachvollziehen kann. Es ist und bleibt noch immer eine Pappkarte, die sich beim ersten Regenschauer genauso in Pappbrei auflöst, wie der Glurak ohne Glitzer. Was soll man dazu sagen? Also ich meine, jeder wie er mag, gar keine Frage und so. Das ist ja auch Angebot und Nachfrage. Wenn das keinen interessiert, dann kauft es keiner und dann wird es auch nicht mehr produziert und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Es ist ein Ding, was sich selber regelt. Die Leute sind halt selber schuld. Aber wo kommt man an den Punkt, dass man sagt, jetzt möchte ich für eine Pokémon-Karte, die genau das gleiche ist wie vorher, aber einfach ein bisschen Glitzer hat, das Zehnfache oder das Hundertfache für bezahlen? Wenn nicht sogar mehr. Ich habe keine Ahnung von den Preisen, aber es ist unnormal. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich meine, ich habe früher auch während der Schulzeit Magic gespielt und auch da versucht, so ein bisschen gewisse Karten zu bekommen und so weiter. Aber das waren nie Verhältnisse, wo man gesagt hat, da bezahle ich ein paar hundert Euro oder Mark oder so für eine Karte. Ich meine, klar, auch damals gab es schon die bekloppten Leute, die das gemacht haben. Aber ich habe es damals schon nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Ich verstehe es auch heute nicht. Tut mir leid. Bin ich raus bei dem Thema irgendwie. Wie steht ihr denn zu solchen Kartenhypes? Sammelt ihr auch irgendetwas oder sammelt ihr auch irgendetwas, wovon ich wahrscheinlich sagen würde, warum zur Hölle sammelst du das und warum bezahlst du so viel dafür? Also was macht es selten? Was macht es für dich wertvoll? Ich würde mich da total über euer Feedback freuen, über mindcast.letscast.fm slash feedback oder auch gerne über Social Media mit dem Hashtag Mindcast oder einfach direkt an mich adressiert im besten oder auch über das Discord oder, oder, oder. Es gibt genug Kanäle, über die ihr mich erreichen könnt. Ich würde mich da total freuen, denn ich würde gerne versuchen, das ein bisschen zu blicken. Ja, ich komme nicht drauf klar auf dieses Thema. Hunderte Euro für eine kleine Pappkarte, ey. Für mich, sie ist ja nicht mal besser. Sie hat ja nicht mal bessere Stats oder so. Egal. Oh Mann, ey. Oh Mann. So, kommen wir zu Thema Nummer 3 heute. Und ja, das ist ein wichtiges Thema, denn Leute, hier muss sich was ändern. Es wird nächste Woche keinen Mindcast geben. Sage ich schon mal direkt vorweg. Es wird nächste Woche keinen Mindcast geben. Warum? Ich ziehe jetzt etwas durch, was ich schon länger angekündigt habe und was einfach ein bisschen gebraucht hat, um mir darüber klar zu werden, ein bisschen die Gedanken dazu zu sortieren und auch ein paar Dinge im Hintergrund indirekt vorzubereiten. Und der Mindcast wird natürlich weiterhin existieren, gar keine Frage, aber ab sofort 14-tägig. Mit einem Grund dafür, dass ich zeitlich einfach ein bisschen mehr Luft wieder habe für andere Dinge, aber auch, weil ich inhaltlich und das Ganze drumherum ein bisschen umstrukturieren möchte. Es wird keine drei kurzen Themen mehr geben, so wie heute, über die ich mich ein bisschen auslasse und mit mir selbst darüber diskutiere, sondern ein Hauptthema und dafür wird die durchschnittliche Folgen... Oh Gott, ey, was ist los heute? Totalen Schluck auf. Hilfe. Also es wird ein Hauptthema geben, aber dafür wird die durchschnittliche Folgenlänge etwas länger werden als bisher. Aktuell angepeilt so ungefähr eine Stunde. Also 45 Minuten bis eine Stunde sollen dann die neuen Folgen werden und vielleicht auch mal ein bisschen länger, je nachdem, wie man sich auch verquatscht. Und wie man sich verquatscht, das ist ein weiteres gutes Stichwort, denn der Mindcast wird ab sofort nicht mehr alleine stattfinden, sondern zusammen mit dem lieben Christian, den ihr bereits in der letzten Folge im Mindcast Nummer 37 gehört habt. Wir werden uns ein bisschen zusammenraufen und jetzt 14-tägig zusammen den Mindcast gestalten. Ich muss nochmal überlegen, ob es dann auch ein neues Intro geben wird oder muss ich nochmal gucken. Also jetzt wahrscheinlich in den ersten Folgen nicht, muss ich mal schauen. Aber auch das kann man ja auch mal ausdiskutieren. Schauen wir mal. Ja, und die Idee dahinter ist, dass wir gemeinsam in ein großes Oberthema starten, vielleicht auch im Wechsel jeder ein Thema mal mitbringt, also eine Folge ich, eine Folge der Christian oder ihr auch Folgenthemen vorschlagen könnt, natürlich immer gerne. Und dass wir drumherum um dieses Thema einfach das besprechen, worüber man so kommt. Also worauf man so kommt, es ist ja manchmal so von Stöckchen über Steine und so weiter. Plötzlich ist man bei einem ganz anderen Thema. Das kann natürlich immer passieren. Das wollen wir uns ein bisschen offen halten, aber wir wollen immer in ein Hauptthema hinein starten. Und ansonsten kann man natürlich auch so ein bisschen hier und da kleinere, ansonsten angefallene Dinge der letzten Tage so ein bisschen mit anreißen. Aber wenn wir merken, das ist ein Thema, das braucht ein bisschen mehr Zeit, dann würden wir uns das aufschreiben und in einer der nächsten Folgen besprechen. Denn läuft ja nicht weg. Aber so top aktuelle Sachen und so weiter, die werden wir natürlich immer versuchen, als großes Thema mitzunehmen, die für uns dann auch aktuell sind und für euch. Ja, das heißt, das ist so ein bisschen der Plan und ich hoffe, ihr habt dann auch Spaß dran. Und ja, wir werden mal sehen, wie das so läuft. Vielleicht sagen wir auch beide nach fünf Folgen wieder, ne, ist nix, funktioniert nicht für uns. Aber das ist was, was ich gerne ausprobieren möchte, weil ihr bisher auch immer gesagt habt, die Folgen mit Gast und so weiter waren einfach ein bisschen dynamischer, ein bisschen fresher noch durch diese Dynamik, die da entsteht. Und ja, ich möchte jetzt einfach mal ausprobieren und das werden wir in den nächsten Folgen auf jeden Fall mal machen. Kommen wir nun zur Empfehlung der Woche. Die Empfehlung der Woche ist dieses Mal eine Serie und die Serie gibt es schon ein bisschen länger, aber ich habe sie erst kürzlich für mich entdeckt. Ich habe die oft schon gesehen, irgendwie auf Netflix, dass sie da irgendwie läuft und habe da aber irgendwie nie so richtig reingeklickt. Vor einer ganzen Weile habe ich mal in die erste Folge reingeguckt, kurz, irgendwie so ein paar Minuten, habe dann aber irgendwie was anderes gemacht und bin dann davon abgekommen und dann habe ich da gar nicht weiter reingeschaut. Die Rede ist von Das Haus des Geldes. Das ist im Prinzip so ein, ja, so ein Heist-Movie als Serie verpackt. Es geht halt im Prinzip um einen Raubüberfall, sagen wir mal, im weitesten Sinne und den Masterplan, der drumherum gestrickt wird. Und das ist ganz nett gemacht. Der Cast ist sehr gut, wie ich finde. Es ist spannend gestaltet. Ach so, dazu muss man sagen, ich habe jetzt kürzlich mal wieder reingeguckt und bin jetzt, ich glaube, bei Folge 4 oder 5 der ersten Staffel. Das ist noch nicht so weit. Es gibt ja 4 oder 5 Staffeln jetzt mittlerweile. Und, ja, ich muss sagen, es hat mich direkt geflasht. Also, als ich das wirklich mal so mit Aufmerksamkeit auf die Serie konzentriert geschaut habe, fand ich es direkt echt gut. Es war spannend erzählt. Es war gut gemacht. Die Charaktere sind interessant. Man kriegt direkt so einen Einblick in diese Vielfalt der Charaktere, die dort in einen Topf geschmissen werden. Und das ist eine spannende Sache. Also, wer so ein bisschen Thriller-Abenteuer-Action mag, so ein bisschen Spannung, so auch Charaktere, die eine gewisse Entwicklung durchleben, sage ich mal, das ist zumindest das, was ich zum aktuellen Zeitpunkt davon erwarte, von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, der sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Gibt es auf Netflix, wie gesagt, das Haus des Geldes. Und mir haben die ersten Folgen bereits sehr viel Spaß gemacht und ich möchte es euch auch ans Herz legen, falls das für euch vielleicht auch eine Serie gewesen ist bisher, die da so existiert hat, in die ihr aber nie reingeschaut habt. Wenn ihr Interesse entwickelt habt von dem, was ich jetzt so gesagt habe über die Serie, dann schaut doch einfach mal rein und sagt mir, was ihr davon haltet. Und wie immer gilt natürlich, schmeißt auch ihr mir gerne ein paar Serienempfehlungen oder Filmempfehlungen entgegen. Ich freue mich immer noch mal, Dinge zu entdecken, die ich entweder noch nie gesehen habe oder die ich lange Zeit ignoriert habe aus irgendeinem Grund. Und da habe ich in den letzten ein, zwei Jahren echt die ein oder andere Perle entdeckt, die ich bisher nicht so ganz auf dem Radar hatte. Von daher würde ich mich freuen, wenn ihr das auch weiterhin tut. Und ich verabschiede mich für heute, denn das war sie schon wieder, eure Dosis Mindcast für heute. Ich bin Mindstalker, der Nerd von nebenan. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, dann mit Christian zusammen. Lebt lang und in Frieden. The Mindcast is here to save your day Games, movies and more For Geeks and Nerds Your favorite podcast ever The Mindstalker is on his way The Mindcast is here to save the day The Mindstalker is on his way Talking about things the Mindcast way I'm Blue Night I'm ebeing of prendern The Mindcast is here to save the day May I make года And we're on his way Whether it be And tralen And we're in Nepal And we're onバイ And we're on Fehli Vielen Dank.